Wir wissen ja schon, dass Zustandsübergänge, egal ob innere Transitionen oder Zustandsübergänge zwischen Zuständen, immer nur durch Ereignisse ausgelöst werden können. Daher sollten wir uns auch gemeinsam die Frage stellen, welche prinzipiellen Arten von Ereignissen diese Zustandsübergänge auslösen können. Was ist Zustandsübergänge? Gehen wir also die verschiedenen Arten von Events, die Zustandsübergänge auslösen können, gemeinsam durch. Als erste Art hätten wir sogenannte Call Events. Ein Call Event entspricht dem Empfang eines Operationsaufrufes. Diese Art von Event kennen wir aus den vorhergehenden Beispielen. Bei der Reservierung eines Hörsaals hatten wir den Empfang des Operationsaufrufes Occupy. Der Empfang des Operationsaufrufes Register war ein Teil bei der Anmeldung zur Prüfung. Die zweite Art von Event kennen wir ebenfalls, nämlich die sogenannten Signal Events. Der Knopfdruck bei der Lampe entspricht einem Signal Event. Hier sind noch weitere Beispiele für Signal Events angeführt, nämlich Write Mouse Down oder Receive SMS. Die dritte Art, die wir vorstellen, sind so genannte Time Events. Sie beziehen sich auf zeitliche Angaben. Und hier unterscheiden wir relative und absolute Angaben. Relative Angaben beziehen sich auf einen Zeitablauf. Sie werden durch das Schlüsselwort After eingeleitet. Das heißt, nachdem ich bereits fünf Sekunden in einem gewissen Zustand bin, also After Five Seconds, soll der Übergang zu einem anderen Zustand ausgelöst werden. Oder eben Absolut. Ich gebe hier einen bestimmten Zeitpunkt innerhalb des Schlüsselbegriffes wenn an. Das heißt, wenn der Zeitpunkt 16 Uhr eintritt oder wenn der 1. Jänner 2025 eintritt. Als vierte Art von Event wollen wir den Change Event betrachten. Beim Change Event wird eine Bedingung nicht nur einmalig überprüft, sondern während man in einem bestimmten Zustand ist, wird permanent überprüft, ob eine Bedingung erfüllt ist. Ein Change Event wird durch das Schlüsselwort wenn angegeben. Hier Beispiel, wenn x größer als y ist. Das heißt, wir befinden uns in einem Zustand, nehmen an, zu Beginn sei y größer oder gleich x und sobald der Fall eintritt, dass x größer als y wird, wird auch ein Zustandsübergang in einen Zielzustand ausgelöst. Eine weitere Art von Event wäre der Completion Event oder Beendigungsereignis genannt. Ein Completion Event bedeutet, dass alle Do-Aktivitäten, wenn diese zeitlich beschränkt sind, im Quellzustand abgeschlossen sind und sobald dies der Fall ist, gehe ich in einen Zielzustand über. Werden wir auch später noch kennenlernen bei komplexen Zuständen, das ist das öfters der Fall. Nämlich komplexe Zustände sind Zustände, die selbst eine Zustandsfolge beinhalten und wenn diese Subzustandsfolge abgearbeitet ist, entspricht das ebenfalls einem Completion Event. Als letztes haben wir noch den Any Receive Event. Ist quasi ein Else gedanklich. Man gibt hier das Schlüsselwort All an und der Zustandsübergang erfolgt, wenn irgendein Ereignis eintritt, das nicht explizit auf einer anderen ausgehenden Transition angegeben ist. Sehen wir am Beispiel unten. Das heißt, das Ereignis 1 führt zum Übergang von S1 nach S2. Alle anderen Ereignisse, die innerhalb des Zustandes S1 auftreten können, führen zum Übergang S4. Wichtig ist es, den Unterschied zwischen einem Change Event und einer Bedingung zu erkennen. In beiden Fällen spielt letztendlich eine Bedingung eine Rolle. Nur beim Change Event wird eine Bedingung permanent überprüft und sobald diese Bedingung erfüllt ist, wird ein Zustandsübergang eingeleitet. Sehen wir uns das an dem Beispiel hier an. Hier haben wir den Zustand des Besuchs einer Vorlesung und Sie als Studierende verfolgen diese Vorlesung. Und es wird permanent überprüft, ob die letzte Folie bereits erreicht ist und wenn das der Fall ist, wechseln Sie in die Freizeit. Dieses permanente Überprüfen wird ausgedrückt durch einen Change Event. Der wird eingeläutet durch das Schlüsselwort WEN. Und hier wird die Bedingung überprüft, nämlich ob die aktuelle Foliennummer gleich der höchsten Foliennummer ist. Wenn es mir bei der letzten Folie angelangt ist, wenn das der Fall ist, hat man Freizeit. Im zweiten Fall hier haben wir das Ganze als Bedingung modelliert. Hier wird diese Bedingung jedoch nur überprüft, wenn das zugeordnete Ereignis eintritt. Das heißt, wir haben jetzt nicht einen Change Event, der durch WEN eingeleitet ist, sondern wir haben ein Ereignis, nämlich die Glocke läutet, bei dem diese Überprüfung, ob die höchste Foliennummer bereits erreicht ist, evaluiert wird. Und wenn die Glocke läutet, ob die höchste Foliennummer erreicht ist, dann kann man in die Freizeit wechseln. Jetzt müssen wir uns fragen, naja, was passiert denn jetzt, wenn die letzte Folie erreicht ist, bevor die Glocke läutet? Wir haben gesagt, die Bedingung wird nur überprüft, wenn die Glocke läutet, daher haben sie, wenn die letzte Folie erreicht ist, noch nicht Freizeit. Der Vortragende wird die fehlende Zeit wohl noch mit ein paar Geschichten füllen und dann läutet die Glocke, sie befinden sich ja immer noch auf der letzten Foliennummer und sie haben letztendlich Freizeit. Tragischer ist der andere Fall, nämlich wir müssen uns fragen, was passiert, wenn die Glocke läutet, bevor die letzte Folie erreicht ist. Jetzt läutet die Glocke, die aktuelle Foliennummer entspricht noch nicht jener mit dem höchsten Wert, die höchste Foliennummer, dementsprechend können sie nicht in die Freizeit wechseln und der Vortragende wird weiter vortragen und sie werden die Vorlesung noch weiter verfolgen. Irgendwann ist dann die letzte Folie an der Reihe, aber das Ganze wird nicht mehr überprüft, weil es muss die Glocke läuten, damit sie zur Freizeit kommen. In diesem Fall, im zweiten Fall hier, werden sie ewig in der Vorlesung verharren müssen und nachdem sie das nicht wollen, können wir festhalten, dass dies dann eine falsche Lösung ist. Wir haben nun die verschiedenen Ereignistypen, die einen Zustandsübergang auslösen können, kennengelernt und in der weiteren Folge wollen wir uns dem Lebenszyklus eines Objekts widmen. Einigen, wir leben in der Zwift für die Ewigkeit von der Vortragende sehr, Classier und Trans historian Redaktion,